Willkommen zurück zu Berlin Live. Am Mikrofon ist Armin Siebert. Der Krieg in der Ukraine tobt nicht nur blutig an der Front, sondern auch mit anderen Waffen in den Medien. Und das nicht nur in Russland und der Ukraine, sondern auch im Westen. Selbst seriöse sogenannte Leitmedien wie die ARD malen schwarz-weiß und fallen manchmal in Muster des Kalten Krieges zurück. Die Journalisten Matthias Bröckers und Paul Schreier haben dazu ein Buch geschrieben. Wir sind die Guten. Ansichten eines Putin-Verstehers oder wir uns die Medien manipulieren. Ich begrüße jetzt einen der beiden Autoren. Guten Abend, Herr Bröckers. Guten Abend. Herr Bröckers, was war Ihre Intention? Wie kamen Sie darauf, so ein Buch zu schreiben? Na, die Intention war ein Gespür oder ein Gefühl davon, dass nicht nur ich, sondern ganz viele Leute in meiner Umgebung und überhaupt sich unwohl fühlten mit der Berichterstattung. Wie Sie es in der Anmoderation schon gesagt haben, viele und jenseits ihrer politischen oder ideologischen Orientierung haben empfunden und empfinden immer noch, dass unsere Leitmedien, wie sie genannt werden, in einem doch sehr groben Schwarz-Weiß-Muster diesen Konflikt darstellen. Und da das nicht nur, ja, jetzt ohnehin kritisch oder skeptisch gegenüber der Regierung oder den Medien eingestellten Menschen betraf, sondern auch welche, die eigentlich die Tagesschau und die, ja, großen Zeitungen immer für solide und seriös betrafen, da reifte relativ kurzfristig bei mir der Entschluss, weil ich bin ja selbst Journalist und habe eigentlich noch nie festgestellt, dass die öffentliche Meinung, also das, was ja viele Leute denken und glauben und die Veröffentlichte, also das, was die Leitartikel und die großen Zeitungen und Sender präsentieren, so auseinanderklafft wie im Moment. Dieser Entschluss reifte sehr kurzfristig, sagen Sie, das mutige und gleichzeitig spannende an Ihrem Buch ist ja auch, dass es so aktuell ist. Druckschluss war Ende Juli. Ist es nicht schwierig, sich in einer sich täglich ändernden Kriegssituation sich so weit aus dem Fenster zu lehnen quasi? Ja und nein. Also zum einen habe ich das ja gelernt und kann das sozusagen. Also beherrsche da in gewisser Weise mein Handwerk. Auf der anderen Seite habe ich eben festgestellt, kopfschüttelnd, nicht zum ersten Mal jetzt bei diesem Konflikt, aber jetzt wieder besonders intensiv, dass in meinen Augen ein Großteil unserer Branche, der Journalisten, ihrem Job nicht richtig nachkommen. Dass nicht mehr vernünftig recherchiert wird, dass nicht mehr wirklich erstmal geguckt wird, was ist denn tatsächlich passiert, bevor man die Meldung rausballert. Bei dem Flugzeugabsturz zum Beispiel war sofort die Schuldfrage klar und auch bei vielen anderen Vorfällen, die in den letzten Monaten da passiert waren. Ja und das hat mich dazu gebracht, weil man kann ja heute, Gott sei Dank, dank des Internets, auf verschiedene Informationskanäle zurückgreifen. Man ist nicht mehr angewiesen auf die drei, vier, fünf Medien, die es bei uns so führend gibt und daher kann man sich auch schnell andere Informationen holen und wenn man die denn dagegen hält, dann stellt man fest, hallo, das was unsere Leitmedien hier tun, ist wirklich im Großen ein Schwarz-Weiß-Film. Die Realität ist aber in aller Regel und das wissen wir nicht schwarz-weiß, sondern komplexer, da gibt es Zwischentöne und so weiter und das haben wir versucht in dem Buch einfach aufzuschreiben. Was ist denn die andere Position oder die andere Perspektive auf diesen Konflikt? Man wird ja auch subtil durch Sprache beeinflusst, es sind neue Begriffe entstanden wie Moskau-treu oder Pro-Russisch und natürlich Putin-Versteher. Inwieweit ist dies auch ein Krieg der Worte? Wir haben ja extra den Begriff Ansichten eines Putin-Verstehers in den Untertitel genommen als eine ironische Replik auf genau das, was Sie ansprechen, dass also jeder, der nur ein gerüttelt Maß an Objektivität in der Berichterstattung eingefordert hat, sofort zum Russenknecht sozusagen stilisiert wurde, etwas verstehen und auch Herrn Putin und seine Aktionen oder Motive verstehen, heißt doch nicht, dass man sie verehrt. Im Moment ist es aber tatsächlich so, dass jeder sagt, ja, ich habe Verständnis für Russland, ich verstehe, wie die sich verhalten, dann zu einem Verehrer der putinischen Regierung gemacht wird. Und eben deswegen haben wir ironisch diesen Untertitel gewählt und ich stelle jetzt, weil wir ein sehr gutes Feedback auf das Buch kriegen und es ist ja auch schon ein kleiner Bestseller und auf der Bestsellerliste fest, dass offenbar ganz viele Leute genau dem zustimmen und sagen, ja, ich will Putin und die Russen verstehen. Das heißt ja nicht, dass ich alles, was die tun, auch akzeptiere und gut finde, aber ich will erst mal die Motive verstehen. Und das, finde ich, ist auch allererste Journalistenpflicht, bevor man über so etwas berichtet, guckt man sich die andere Seite an, wie denkt die denn, wie tickt die denn, was ist denn deren Motiv und dann guckt man sich vor allen Dingen auch seine Seite an. Der Westen hat ja außer Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, angeblich überhaupt kein Motiv, da in der Ukraine sich zu engagieren. Ich finde, das machen Sie in Ihrem ersten Kapitel auch sehr klar, dass Sie nicht alles gut finden, was Herr Putin tut, aber es geht Ihnen um das Verständnis. Ich will da mal darauf zurückkommen, kurz, was Sie vorhin ansprachen, dass Sie in Ihrem erfahrenen Journalistenleben im Prinzip so eine Diskrepanz zwischen dem, was die Medien schreiben als Meinung und dem, was das Volk eigentlich denkt, speziell in Deutschland, noch nie erlebt haben. Wie erklären Sie sich das denn eigentlich? Warum ist das so? Ja, ein Grund dafür ist mit Sicherheit die große Konzentration von Medien, die ganz weltweit stattgefunden hat, dass auch die großen Nachrichtenagenturen, die die Tickermeldungen produzieren, die dann in Hunderten von Sendern und Zeitungen landen, dass die auch alle sehr, ja, zentralisiert sind und dass sich die Kollegen, die dann das, was da aus dem Ticker rauskommt, ja, dass die das quasi für wahre Münze nehmen und gar nicht mehr recherchieren. Ich habe ja mal vor 35 Jahren die Taz mitgegründet in Deutschland, weil wir damals unzufrieden waren mit der Berichterstattung. Damals hatten wir auch hier Terrorismus und uns kam es so vor, als ob alle Agenturen und alle großen Zeitungen dasselbe produzieren. Und wir haben dann deshalb eine Zeitung gegründet, die das, was aus dem Ticker kam, erst mal mit ganz großer Skepsis zur Kenntnis genommen hat und auch nicht gleich auf die Titelseiten gestellt, wenn irgendeine Nachrichtenagentur was meldet. Und diese Skepsis, die ist großenteils verloren gegangen, wenn irgendeine große Zeitung, New York Times oder irgendeine Agentur wie Reuters etwas meldet, dann wird das für Wahrheit, für Realität genommen und wird so berichtet. Gehen wir kurz von den Medien weg und ins Thema, ins Detail. Die Ukraine ist ein zerrissenes Land. Manche meinen, es sei sogar gar kein richtiges Land aufgrund seiner wechselhaften Geschichte. Trotzdem wird es durch seine Lage, als geografische Lage, als extrem wichtig eingeschätzt. Warum? Wir haben das im Buch auch in zwei, drei Kapiteln deutlich gemacht, dass die angloamerikanische Geostrategie, die schon seit über 100 Jahren existiert, die zuerst von den Engländern und nach dem Zweiten Weltkrieg dann quasi von den Amerikanern übernommen wurde, dass die eine Linie verfolgt, die die Ukraine, Osteuropa und den Westen Russlands als sogenanntes Heartland, so hat das der Helford Mackinder 1904 benannt, also dieses Herzland, das den europäischen und den asiatischen Kontinent verbindet, dass das ein ganz entscheidender, er nennt es Achsenpunkt ist und dass die britische Seemacht damals die Weltmacht Nummer eins nur dann weiter existieren kann, wenn sie verhindert, dass in diesem Heartland alles zusammenwächst, dass sie sich da vertragen, die Osteuropäer, die Deutschen und die Russen und deshalb eine Strategie entwickelt haben, wie man da immer kleine Pfeile sozusagen reinsteckt, damit es da nicht zu einer Verständigung kommt, weil in dem Moment, wo Europa und Asien diese riesige Kontinentmasse sich einig sind, in dem Moment haben die sozusagen angloamerikanischen Seemächte, die es damals waren oder jetzt die amerikanische Weltmacht, ja, keine große Chance, ihre globale Dominanz weiter durchzusetzen. Absolut faszinierend, dass diese Theorie so lange existiert schon, das ist also kein aktueller Konflikt in dem Sinne. Der große alte Politiker Egon Barr meinte einmal, in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte, es geht immer um die Interessen von Staaten. Ist das im Ukraine-Konflikt also auch so? Das ist natürlich da ganz genau so. Russland hat ganz massive Interessen dort, dass die Ukraine gehörte ja jahrhundertelang zu Russland. Zumindest ein Teil der Ukraine. Ja, ein Teil und Kiew ist sozusagen die Mutter aller russischen Städte. Gleichzeitig hat aber auch der Westen massive Interessen, die aber hier bei uns immer so ein bisschen runtergespielt werden, mit dem Demokratiefähnchen wird nur gewedelt. Tatsächlich haben wir der Westen und vor allen Dingen die NATO ein massives Interesse, ihre Raketen sozusagen auch dort aufzustellen. Und der Sohn des amerikanischen Außenministers ist jetzt schon dem Vorstand der größten ukrainischen Gasgesellschaft. Also da sind schon ganz massive auch Rohstoffinteressen da. Die wichtigste Pipeline Russlands nach Europa geht durch die Ukraine, ist auch schon lange ein Zankapfel. Und wer da den Daumen drauf hat, hat auch so ein Stück Russland in der Hand, beziehungsweise das Europageschäft der Russen. Das sind alles ganz massive Interessen, die der Westen und die Russen dort ausfechten. Und man kann nur sagen, die armen Ukrainer, die seit 200 Jahren schon 12 Mal die Nationen gewechselt haben und die Währung und die Landessprache und auch die Größe ihres Landes sind jetzt schon wieder sozusagen gegeneinander am Kämpfen. Es kämpfen ja da nicht Russen gegen Westler, es kämpfen Ukrainer gegen Ukrainer. Und das ist wirklich eine tragische Sache. Trotzdem hat die Ukraine als Land jetzt das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet. Es gab nur ein Entweder-oder, Zollunion oder EU. Ist das nicht wieder natürlich für ein Land, was direkt an Russland grenzt und aufs Engste mit Russland nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell verbunden ist? Ja, das ist das, was man der EU und dem Westen vorwerfen muss. Dass es diese eben angesprochene Zerrissenheit dieses Landes mit so einem Assoziations-Assoziierungsangebot ja noch gefördert hat und jetzt zu einem blutigen Bürgerkrieg eskaliert hat. Dass man ja auch hätte hergehen können und sagen, hört zu, Ukraine, wir machen mit euch Zollerleichterungen, Wirtschaftskooperationen oder so, aber nicht in den Paragraf 8 da irgendwo noch reinschreiben. Ja, und die NATO, die kommt bei euch auch rein. Ja, das ist unlauter in meinen Augen gewesen. Das sehen auch im Übrigen viele mittlerweile hier im Westen so. Und dieses Abkommen hat ja zu dem ganzen Konflikt geführt. Und die EU fungiert da ein Stück gar nicht mal, würde ich sagen, im europäischen, also auch in unserem deutschen Interesse, sondern fungiert da als ein verlängerter Arm des amerikanischen geopolitischen Interesses, was wir eben angesprochen haben. Und ich plädiere dafür und das tun wir auch im Buch am Ende, den angesprochenen Egon Barth zitieren wir nochmal. Das sind die Leute, die damals hier im Kalten Krieg eine Politik gefahren haben, die sich Wandel durch Annäherung nannte, die eben nicht auf Konfrontation, sondern auf Verständigung mit der Sowjetunion damals aus war, die auch schon Ölpipelines vereinbart hat in den 50er Jahren, wo die Amerikaner auch gegen waren. Also, dass diese alte Ostpolitik, die Brand, Bar und andere damals gemacht haben, dass wir die dringend wieder brauchen, weil das war eine visionäre und vor allen Dingen eine friedenserhaltende und schaffende Politik, die ja dann dazu geführt hat, vor 25 Jahren, dass die Mauer hier friedlich fällt, ohne dass Blut fließt. Also das, und jetzt baut die Ukraine wieder eine neue Mauer, da fühlt man sich irgendwie an den Kopf und sagt, warum machen wir nicht eine Politik des Ausgleichs, warum müssen wir diese Konfrontation fahren? Sie ist eigentlich nicht in unserem europäischen Interesse. Herr Bröckers, die Ukraine hat zwei sogenannte Revolutionen erlebt in den letzten Jahren, die Orange-Revolution und den sogenannten Euro-Maidan. Und damit waren ja auch wirklich bei vielen Menschen im Lande ehrliche Emotionen und Hoffnungen verbunden. Trotzdem muss man wohl nüchtern betrachtet sagen, dass auch hier nicht ganz alles ohne Außeneinwirkungen vonstatten gegangen ist, oder? Ja, zum einen das. Der Westen hat ja diese sogenannten Revolutionen massiv gefördert. Und Frau Nuland, die Chefdiplomatin, hat gesagt, sie haben fünf Milliarden mittlerweile in die Ukraine investiert. Das muss ich ja dann langsam mal rechnen. Wie Sie richtig sagen, viele Menschen haben sowohl 2004 bei der Orangen-Revolution als auch jetzt auf dem Maidan das völlig zu verstehende und zu unterstützende Interesse gehabt, eine doch sehr korrupte, kleptokratische Regierung und ein in keiner Weise sozusagen demokratisches System dort in Kiew zu verändern, zivilgesellschaftliche Reformen durchzusetzen und, und, und. Dass das von außen unterstützt wurde und wird, dagegen kann man unbedingt gar nichts sagen. Wir sind alle für demokratische Verhältnisse. Wir wollen keine korrupten Oligarchen in den Regierungsspitzen. Was aber geschehen ist, und das war schon 2004 so, und das kann man ja jetzt nach den Maidan-Vorfällen auch wieder beobachten, dass in Sachen Demokratisierung, in Sachen Zivilgesellschaft überhaupt nichts passiert. Das heißt, es wird ein Oligarch ausgetauscht gegen einen anderen. Damals wurde Frau Timoschenko installiert. Jetzt hat man wieder einen installiert. Letztendlich ändert sich aber für die Menschen dort und was die Demokratisierung angeht, überhaupt nichts. Und die letzten aufrechten Demonstranten, die dort auf dem Maidan standen, sind vor zwei Wochen von Bürgermeister Klitschko dann auch noch entfernt worden. Leute nämlich, die sagten, nee, hallo, so haben wir hier nicht gewettet. Deshalb haben wir hier nicht wochenlang demonstriert, damit ihr jetzt nur so einen kleinen Oligarchentausch macht. Und ansonsten geht hier alles so weiter wie bisher. Es gibt einige Ungereimtheiten im Ukraine-Konflikt, allen voran die Killerscharfschützen auf dem Maidan, das Massaker im Gewerkschaftshaus in Odessa und natürlich der Abschuss der MH17. Wie kann es in der heutigen Welt, da alles überwacht wird, sein, dass solche Dinge nicht aufgeklärt werden können? Die könnten aufgeklärt werden, davon bin ich überzeugt. Aber man will sie nicht aufklären. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn klar wäre, definitiv klar wäre, dass diese Scharfschützen, die da geschossen haben, dass die entweder von der damaligen Janukowitsch-Regierung oder gar von den Russen beauftragt worden waren, dann hätten wir das längst, wenn es dafür Belege oder irgendwie nur den Hauch eines Beweises gäbe, hätten wir den längst gesehen. Die neue Regierung dann in Kiew, die nach dem Machtwechsel dann dort sich etabliert hat, hat ja dieses Ganze auch gar nicht untersucht. Dasselbe gilt ja noch viel dramatischer für den Absturz dieses Flugzeugs, der sofort den Russen in die Schuhe geschoben wurde und wo bis heute keine Untersuchung stattgefunden hat, dann kam vor einigen Wochen ein Zwischenbericht, in dem aber auch nichts steht. Die Indizien, die mittlerweile auch von russischer Seite, aber auch von anderer Seite angeführt wurden, die sprechen eher dafür, dass dieses Flugzeug von einem Jagdbomber abgeschossen wurde. Und die Separatisten haben keine Jagdbomber. Also der Verdacht, dass die ukrainische Armee, vielleicht nicht von oben von der Regierung befohlen, aber Teile dieser Armee da stark involviert waren in diesen Absturz, der ist in der Welt. Und den könnte man nur ausräumen, wenn man das ordentlich untersucht. Das passiert nicht. Dieser Verdacht ist aber nur in einer kleinen Welt, wenn man sie genau nachliest im Internet oder wo man das finden mag. Spannend wie ein Krimi liest sich in Ihrem Buch auch das weltweite Wirken der USA und der CIA. Heiligt da der Zweck die Mittel? Naja, die CIA hat schon eigentlich seit ihrem Beginn Operationen durchgeführt, die ihr Vater, Alan Dulles, damals sozusagen der Vater der CIA und auch später Direktor, als Peacetime Operations bezeichnet hat. Also wenn man in Friedenszeiten kriegsähnliche Sachen durchführen will, sprich Regierungen irgendwie auswechseln, bestimmte Oppositionen in Ländern fördern, auch mit Waffen da Milizen beliefern, dann muss das verdeckt geschehen und das haben die USA ja seit den 50er Jahren Dutzende Male exerziert und gemacht in Mittelamerika, im Iran und dann auch eben nach dem 11. September jetzt in verschiedenen Ländern, wo ja unerklärte illegale Kriege geführt worden sind und werden unter dem Signum War on Terror. Die CIA hat damals in den 50er und 60er Jahren noch relativ verdeckt operieren müssen. Jetzt passiert vieles, was damals verdeckt geschah, offen, indem man NGOs gründet, indem man auch Medieneinfluss sich erkauft oder schafft. Oder auch direkt beratend ehrenamtlich tätig wird. Direkt beratend tätig wird. Die FBI und die CIA sind schon lange in Kiew seit dem Putsch und beraten dort, wie man jetzt am besten gegen die eigene Bevölkerung Krieg führt. Das sind alles Dinge, die bei uns also wenig thematisiert werden oder überhaupt nicht in den großen Medien. Und deswegen haben wir dem Buch ja eben auch diesen Titel Wir sind die Guten gegeben. Also es ist wirklich ein Schwarz-Weiß-Bild, was uns hingestellt wird hier als Publikum sozusagen. Und wir sind immer die Guten. Und wir können auch solche Schweinereien, wie sie die CIA gemacht hat und macht, durchführen. Wir können da auch private Söldner. Angeblich sollen 400 Söldner dieser Akademie, ehemals Blackwater-Truppe, da eben auch schon mitkämpfen im Osten der Ukraine. Das ist alles okay, weil wir sind die Guten. Ja, ich habe da viele faszinierende Dinge gelesen, bei Ihnen auch diese Thinktanks, die es da gibt in den USA, die quasi eine geopolitische Weltstrategie sich ausdenken mit der USA als führender Nation. Das ist eben, da appelliere ich an die Vernunft und an den Verstand eben auch hier in Deutschland und in Europa, dass wir uns fragen, ist diese Strategie der Amerikaner, Full Spectrum Dominance nennen sie das in ihren Doktrinen, die also global eine sowohl militärische als auch wirtschaftliche und finanzielle Dominanz anstreben. Ist das eine Strategie, die für Deutschland und für Europa sinnvoll ist? Russland ist ja der Nachbar von Europa und sollen wir eine Konfrontation mit Russland beginnen? Was haben wir davon? Jetzt haben wir durch diese Sanktionen, die völlig idiotisch sind in meinen Augen, jetzt können die Polen ihre Äpfel und Kartoffeln nicht mehr verkaufen, jetzt hat die EU gestern, vorgestern 180 Millionen Euro, damit das Zeug eingestampft werden kann, damit der Markt, also das sind alles absurde Sachen. Ich finde, wir schießen uns hier ins eigene Knie. Und da muss man, denke ich, diese amerikanische Großstrategie doch mal hinterfragen beziehungsweise unseren amerikanischen Freunden sagen, hallo ihr Lieben, mag ja sein, dass ihr das so machen wollt, aber das ist nicht in unserem Interesse, schon gar nicht ist im Interesse Deutschlands, dass wir von russischen Energielieferungen abgeschnitten werden. Genauso wenig, wie es im russischen Interesse ist, dass die Technologie und die Autos und die Maschinen, die wir ja dahin liefern, dass die dann nicht mehr kommen. Und das aufzugeben, nur weil man da einer amerikanischen Großstrategie folgt, das ist, glaube ich, ein schwerer Fehler. Die USA hat ja ihre Meinung schon gesagt dazu, also fuck die EU, war ja ein schönes Zitat. Kann es sein, dass die USA Angst haben vor einem Wirtschaftsraum Lissabon bis Vladivostok, wie es Wladimir Putin mal vorgeschlagen hatte? Ich glaube schon, die USA haben auch kein Interesse an einer wirklich einigen und starken EU. Diese schnelle Osterweiterung, die ja jetzt dann auch zu dem Konflikt mit Russland in der Ukraine geführt hat, die schnelle Osterweiterung der NATO, die ist ja auch nicht unbedingt in Paris oder in Berlin ausgedacht worden. Das ist ja schon auch auf Betreiben Washingtons geschehen, dass in einigen baltischen Ländern oder auch in Polen, historisch begründet, da ja gewisse Ängste vor Russland bestanden haben und bestehen. Das muss man akzeptieren. Aber dass jetzt auch Bulgarien und Rumänien irgendwie NATO-Staaten werden müssen und jetzt auch noch die Ukraine, Das ist überhaupt nicht zu verstehen und das ist wirklich eine expansive Politik, die Deutschland da unhinterfragt mitmacht. Und ich finde, wir haben es eben schon mal angesprochen, das, was unsere Ostpolitiker wie Brandt und Bahr damals gemacht haben, dahin wieder zu kommen und sagen, so, stopp, NATO, jetzt ist mal gut. Und wir versuchen mit den Russen hier ein, ja, vor allen Dingen friedliches Verhältnis hinzukriegen. Und auch für die Ukrainer wäre das in meinen Augen viel besser. Warum kann die Ukraine nicht blockfrei bleiben, wie Österreich es auch ist? Warum kann es keine Föderation sein, wie die Schweiz es auch ist, wegen mir mit vier verschiedenen Landessprachen? Jetzt wird sich da geprügelt im Parlament immer noch, ob Russisch oder Ukrainisch gesprochen werden darf. Sie haben meine letzte Frage quasi schon vorweggenommen. Die ganz Großen der Weltpolitik wie Helmut Schmidt oder Henry Kissinger auch warnen davor, Russland in die Enge zu treiben. Auch Peter Scholler-Thur, den ich die Ehre hatte, noch kurz vor seinem Tod zu interviewen, hat sich ähnlich geäußert. Warum hört niemand auf diese weisen Männer? Warum werden sie eher lächerlich gemacht und junge Journalistenspunde dürfen sich auslassen? Ja, das finde ich auch tragisch in gewisser Weise. Selbst Helmut Kohl hat sich ja geäußert zur Ostpolitik. Oder Gorbatschow. Kopfgeschüttelt, Gorbatschow. Also die ganzen alten Fahrensmänner der Politik, die stehen kopfschüttelnd da. Und ich finde, wie das bei den Indianervölkern ist, ein Rat der Alten oder der Weisen, der sollte mal dringend zusammenkommen und unsere Regierung hier beraten, wie sie sich in diesem Konflikt weiter verhält und dafür sorgen, dass der nicht weiter eskaliert wird. Heute bei uns zu Gast war Matthias Bröckers, einer der beiden Autoren des Buches Wir sind die guten Ansichten eines Putin-Verstehers oder wie uns die Medien manipulieren. Herr Bröckers, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.